Helga und ich kennen die Lagune ziemlich gut. Boah, dann wisst ihr bestimmt auch, wie man sich die Haare danach waschen kann. Die werden richtig spröde in dem Wasser. Ja, kann ich dir zeigen. Gibt so ein besonderes Shampoo dafür. Aber mein Zwillingsbruder meinte noch mehr. Ach, ihr seid Zwillinge? Cool. Ja, wir machen alles zusammen. Und hier sind wir schon ziemlich viel getaucht. Wir kennen geheime Liegeplätze, wo fast nie jemand ist. Und sprudelnde Quellen unter Wasser. Wow, wie im Wallpool. Und eine besondere Sache, aber die ist ziemlich geheim. Was denn? Naja, wenn wir es ihnen sagen, wäre es aber nicht mehr geheim, Helga. Denkst du, wir können ihnen vertrauen? Könnt ihr? Wir plaudern nichts aus. Die Leute hier sprechen sowieso alle möglichen Fremdsprachen, die wir gar nicht können. Ich weiß nicht. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Ich würde es irgendwie lieber doch nicht erzählen. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt die ganze Folge auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube an. themselves. Ich würde es essen.